so leute wir oh gott ich wollte den buch holen wo bist du in der ersten part haben wir herbert gestatten du warst 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 du 80 schlägen ein bestiebe auch gott also das war dann hier melodie ab er hat eingefangen und der mann von wirklich der mann von die heisse die noch mal die Welt mag ich nicht ich hab ich jetzt irgendwo einen blauen Geist oh Gott hätte man auch mit dem Pfannen Kamera ich brauch Geld, oh blaue, 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 nehm das blaue Teil Geld schon 3 davon haben wir Suba Duba weg da Geld 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 so was das mir jetzt hier macht dem Kühlschrank sieht verdächtig aus FETTICH den Brenn ich jetzt nieder schneller 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 und das gedacht ist ein ganz böser geist das war es wirklich schon nur ein geist und jetzt noch ein buch ist er da ein kollege ich bin ein bulliger du hooligan wo die spieler jetzt müssen wir die noch hinterherjagen das wird immer besser hier der war aber knapp das gebe ich jetzt ruhig und vernünftig zu der war wirklich knapp das kann ich das ist ja schon zwei paar zum aufnehmen ohr hier kriegen wir wieder was geiles oje wieder die truervögel luigi hol das zeit aber ich will die truervögel aber luigi du kannst es nicht ok ok muss er mehr auf mario was ist das das ist was ein element und hast du wasser einsetzt meine forschung haben ergeben dass diese sogenannten wasser geistert das feuchte nass verlassen wenn du dich ihnen erst du kennst den gestorben staubsaugen an und drauf haben okay ein spiel ausgleich die prinzipie bei allen vorjahren lesen aus der feuer die geistert einfach hier mit wasser geistert da ist ein mensch die präne vier löschen da da jetzt nicht auch was wir noch machen müssen wir müssen das Teil immer wieder begießen nach jedem bereich den hier absolviert haben das war das ja nicht möglich aber jetzt ist es möglich ähm bello wie bekomme ich doch mal bello das habe ich vergessen bello ist nervig bello ist ganz nervig aaa skelleb zuhren zuhren nein bello bello loslassen bello kann ich mir was mit dem dritten machen ne aber ich kann jetzt Bello ein sagen Bello oh Gott Bello ist schon ein bisschen ein anderes Kaliber Ihr neid schon aaaah nein 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 der Pils stattdurch dieses mal überhaupt nicht aber wer auch ein Gott Gott bin ich gut in Form sowas gut in Form den wo 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 Gott wo Gott ist wenn so gut mit dem berechtigen meine Daten Denn hier, Leute, hat es wieder etwas Großes auf sich. Abgesehen von vier, fünf Skeletons, werde ich noch das Herz hier einsammeln. Mit Knochen werft man nicht auf, Leute. So. Wir sind in den Sitz. Und die An konstantいる und fragt, dass was ihr nicht hier gestartet habt. Aber dann können wir keine Blutmechan cystischen Führers fais, dass sie das und die Untersuchung Merciful von 선생님 präsenteriert haben. Ich bin nie im Vergleiche, dass der Flț in den Film geplant ist. kein schießt das ist sie sich nicht abzugleich die Schuss Skelton ich werde den N-Boss jetzt in den PAD rote jemand, rote jemand, rote jemand, ist ja gut, ich werde den rote jemanden per Zufall entdeckt ich habe mehr Glück als verstanden das sieht nicht gut aus das ist der zweite N-Boss Leute das ist der zweite N-Boss das ist der zweite N-Boss der zweite N-Boss der zweite N-Boss als Kind hatte ich so übel Angst vor dem Vieh das ist der zweite N-Boss den kann man ja nicht beim ersten mal eins haben aber wenn möglich, am besten ohne Schaden zu kriegen ihr kennt ja die Geschichte Aber der ist schon ein bisschen ein anderes Kaliber. Und... Oh Gott, wieder 2 eingesteakt. Jetzt muss ich die kleinen Heroes werden. Wieder 2 weniger. Der Milch ist aber wirklich ohne Schaden schafft. Nicht Fanny beim Baby. Wo ist er? Hier hinten. Böse, 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 böse Geist. Und 3 auf einmal, komm! Yes! Weg mit denen. Jetzt jedenfalls noch einen großen. Die großen brauchen natürlich länger zum Einsaugen. Oh Gott, er hat noch 20 Lebensboot. Was sieht gut aus? Denn ich habe jetzt noch keinen Schaden gekriegt. Hey! Oh Gott, ist der Boi! Und jetzt haben Sie vorhin. Facht er jetzt auf. Nein, da hinten geschossen! Den Großen! Den Großen, ne! Kuckuck! Sie beschwecken einen Sklaven! Nein, noch vier Leben! Dammit! Und ich hab noch keinen Schaden kassiert! Ist das geil, ist das geil, ist das geil! Nein! Okay, sie kommen mir schon immer gefährlich näher! Komm her, ich werde einen Boss eins haben, wo ist sie jetzt? Jetzt komm her! Und fertig! So! Yes! Nehmt die Kuh! Goldkuhlauffügel und kühlen Schlüssel nehmen! Yeah, I got this! Oh Gott, lustiges Mensch macht mir richtig Spass! Kurz, kurz, kurz! Du hörst du mich? Ich bin froh zu sehen, dass du mir in Ordnung bist! Dein Ziel ging verloren, als dieser Blitz einschlug! Hm, das war ja ein echt acceptiger Kampf! Warum schaust du nicht mal im Labor vor meinen? Wie? Du fürchtest, der Blitz habe den Schreckweg 0816 beschädigt? Und keine Sorge, selbst wenn der Blitz ein Stück Kohle auf dir gemacht hätte, der Schreckweg bekäme nicht mal einen Kratzer ab! Und das wirst du positiv zu hören! Gut, aber du bist nun unversetzt rückgegangen! Dein Staubsauger scheint voll Geister zu sein! Was hältst du davon, wenn wir die durchstiegenden Geister-Portifizierer schrauben? Ich hab noch recht nicht gelöst! Oh, jetzt kommen natürlich mehr Geister zum Einflug! Und ich hab alle beim ersten Mal eingesaugt! Find ich richtig gut in dem Spiel! Ha! Oh, sehr hoff die Schlotterkopf! Danach kommt dann am Schluss ein B-Rang und ich bin wieder voll deprimiert! Oh Gott! Ich weiß jetzt schon, dass es so kommen wird! Oh mein Gott! Guck wie du die Nase wackelt! Ich find sie immer so geil! Die Nase wackelt! Schackelt, schackelt, schackelt! Gold Potri! Gold Potri! Gold Potri! Wieder Gold Potri! Oh Gott! Oh Gott! Der war natürlich auch in Gold! Und! Hm! Nun, wir haben es geschafft, die Geister zurück in den Bild zu bekommen! Find dein Budget für deine Unterstützung! Herr Scheunentrescher! Die schwebenden Tudeltauben! Melodia Pianzima! Herr Tadrisch! Hector! Herr Finstern! Das war nur 5 Geister! 6! Oh! Geld! Geld! Money! 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 Noch mehr Geld! Noch mehr Geld! Wo! Wow! Wir haben schon 28.000! Puh! Uuuu! 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 Wir sind gut im Kennen! Wir sind gut im Kennen den Part zu werden! Jo! Bis zum nächsten Part hier!